Yo, das ist der neue Hit, der OCMC, Big Daddy Yoda, let's go! Bei Aldi, gibt es nur das Beste vom Besten, ich geh jetzt nur noch dorthin. Aldi, 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 aus langer Weile wollte ich sehen, was über Aldi so haben. Ich kraute meinen Augen nicht, überall Bananen, in allen Regalen, keine Ahnung woher die kamen. Mit Sicherheit von moledavischen Plantagen. Ich hatte keine Idee, soll ich mal schauen nach der Ware oder gleich wie ein Pole klauen aus dem Laden. Eins weiß ich aber sicher, ich kauf nur noch bei Aldi, denn Stiftung Warkentest sagt gut zum OCMC. Bei Aldi, gibt es nur das Beste vom Besten, ich geh jetzt nur noch dorthin. Aldi, 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 Aldi. Aldi ist so viel billig, so ein niedriger Preis. Meine Taschen sind leer, meine Frau hat sich's gekrallt, sie hat mir alles genommen, alle Kleinigkeiten. Und jetzt kann ich mir keine Banane mehr leisten, so ne Scheiße. Gerade jetzt hab ich der Arsch Karte, hier gibt's zur Zeit im Angebot Billig-Spargelmatten. Und eine nette, dumme Meister-Propper-Verarsche. Meine Taschen sind leer, leckt mich am Kickdarm. Bei Aldi, gibt es nur das Beste vom Besten, ich geh jetzt nur noch dorthin. Aldi, 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 Aldi. Das ist ein Traumprodukt in höchster Qualität, seit der Wende hab ich sowas schon nicht mehr gesehen. Der Arsch vom Kunden hat höchste Priorität, wenn das so weitergeht, mach ich ne Aldi, ey. Die Bananen sind saftig, köstlich und knackig, nicht bei meiner Frau, ey, nicht bei ihrem Handling. Ich hab nen Arschkritt, würd ich Aldi leiten, hätt ich kein Problem Aldi auszubreiten. In Berlin 10 Filialien, Bananen verkauft, und ganz nebenbei lösche ich die Konkurrenz aus. Yo, auf EDK Artillerie, soviel zu meiner Aldi-Leitungstheorie. Bei Aldi, gibt es nur das Beste vom Besten, ich geh jetzt nur noch dorthin. Yo, Aldi, Aldi, Aldi. Mit der Ossi MC, mit der Philosophie, yo, das gibt Bananen wie nie. Ihr glaubt jetzt alle, das Lied ist schleich Werbung, die Wahrheit, Aldi braucht ostdeutsche Verstärkung. Das ist die Erklärung für das Lied, ihr könnt sagen, was ihr wollt, ich steh zu meiner Musik. Ich geh nur zu Aldi, will ich was fressen, denn bei Aldi gibt's nur das Beste vom Besten. Bei Aldi, yo, gibt es nur das Beste vom Besten, yo, ich geh jetzt nur noch dorthin. Aldi, 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 Aldi. Bei Aldi, gibt es nur das Beste vom Besten, ich geh jetzt nur noch dorthin. Aldi, 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 Aldi. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d Are you not? Nee, 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 nee. Aldi, 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 Aldi. Hey, halte mich der Idiota. Ey, halt mal die Fresse, du kleinlichstiges Fisch. Yo, das war der neue Hit. Untertitelung des ZDF, 2020